Ein Publikumsliebling, weil sie so eine niedliche ist mit so einem charmanten Lächeln. Momentan 17. Ja, und sie verspricht schon mal gute Stimmung in der Halle und wird ihr Bestes geben mit dem letzten Gerät der Qualifikation. Dominika Chevenkova. Unglaublich viele verlieren ja ein Gerät. Das war gestern nicht so extrem. Das ist heute viel schlimmer. Ja, man soll es nicht ansprechen. Eiee. Nochmal, das war schon das dritte Mal. Vierte Mal. Uiuiui. Jetzt coolern auch die Plätze für Dominika Chevenkova. Die Konzentration lässt etwas nach, aber man kann es ihr nicht verübeln. Und das war schon ganz glücklich. Und das war schon mit because. Und das war schon ganz glücklich. Und das war schon peu Sch freeze.